Die Saugpumpenmassage, kurz SPM, ist eine moderne Form des traditionellen Schröpfens. Sie verbindet gesundheitsfördernde und schönheitsbildende Eigenschaften in einer perfekten Symbiose. Durch die Variation der Aufsätze ist die Anwendung sowohl am Körper als auch im Gesicht möglich. Zuerst wird das SPM-Gel aufgetragen und der Druck individuell eingestellt. Dieser sollte für den Kunden angenehm sein. Die erste Phase ist das Öffnen und Ausstreichen der Lymphe. Dieser Schritt sollte in langsamen Streichungen durchgeführt werden. Wichtig ist auch, dass man über dem Hautniveau arbeitet und die Applikatoren nicht in die Haut drückt. Linie für Linie wird das Gesicht ausgestrichen. Dann folgt die zweite Phase der Aktivierung. Dafür erhöht man den Druck leicht und gleitet mit schnelleren Bewegungen über die Haut. Für die Straffung wird der Druck erneut erhöht, die Haut angesogen und gegen die Schwerkraft gestrafft. Das Gel wird anschließend mit einer feuchten Kompresse abgenommen. Es wird mit einer gewünschten Behandlung fortgefahren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017